So, wir sind zurück in einem neuen Part von, äh, Pokémon Snap, ein Klassiker, ein Klassiker. Wir sind hier stehen geblieben und, äh, ach Quatsch, nicht stehen geblieben, wir fangen jetzt wieder an mit einem Klassiker, wo Pokémon Snap etwas dahin geklatscht ist von, ja, von einem Spiel. Gut, ähm, wir sind hier wieder in der Höhle, hab ich, glaub ich, schon mal gesagt. Und wir versuchen jetzt, ähm, bessere Punktzahl zu bekommen. Und ich hab jetzt endlich gecheckt, dass man, ähm, äh, nur durch Punkte weiterkommt und nicht durch, äh, durch, äh, Pokémon Arten. Gut. Äh, wie weit sind wir hier? Und ja, äh, zum, hab ich ja schon erwähnt, leider hat das Spiel keinen Multiplayer-Modus, denn dann wird's, äh, sehr viel Fun machen. Ah. Bo-ho-ho-ho-ho-mö-loof. Gut, ähm. Was ist das? Okay, gut, das ist neu. Okay. Da zehn, ja. Ach, Quatsch. Komm mal her, mein Schatz. Ich muss dich eigentlich wieder da reinschmeißen können. Ja, okay, gut. Hat gefunkt und jetzt kommt. Gut. Eine neue Art Pokémon haben wir jetzt schon, ähm, gut. Ein Pikachu. Kann man das irgendwie hier runterballern? Das ist schwer, ich glaub, muss man das überhaupt? Ich weiß es nicht. Gut, ähm, was haltet ihr eigentlich von, äh, äh, wie heißt das nochmal, ähm, Pastrami-Soße? Ich kenn das, äh, persönlich nicht, aber meine Mutter wollte es mir irgendwie zu essen machen. Da hab ich mal gesagt, ja, und die ist grad das am Machen. Mann, ich glaub, ich bin von der Arsch. Gut, ähm, ich hatte heute einen sehr schönen Schultag, wenn ihr das fragen wollt. Gut. Gut. Ich hatte heute einen sehr schönen Schultag, denn, ähm, wir hatten ja den ersten Schultag, oh, sorry, das ist so Wackel. Wir hatten den ersten Schultag nach den Ferien. Oh, ein Pomelo. Cool. Oh, 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 oh. Pomelo, Komfuto-Schwitting. mit euch aber vielleicht jetzt wird die sauer das war so schön das spiel will mich so verarschen egal wir sind jetzt fertig und machen jetzt eiskenntnisse kennzeichen sorry ja unser erster schultag war eigentlich immer einfach ich finde die nix also die letzte schultage waren so einfach geht zu was gibt es nur so schön ist das hier das ist schön das ist sehr schön das ist schön ich finde es sehr schön slimer also ich natürlich findet das hier besser ja wie so Bigfoot Bigfoot aber das gibt es noch für letzte Fotos gar nichts okay weiter Slimer haben wir zu weit auch und ein Dito Beth Dito ich glaube das ist nicht besser aber das hier das ist von der Größe aus besser das ist gut da ist es schön gut ähm da gehen wir noch mal hoch wir haben ja noch ein Rosanna da schön ja dann noch ein das hat zehn ja das ist auch total schicke dann machen wir noch einen Smoggon dazu und was haben wir noch ähm eigentlich gar nichts so sind wir dann fertig zu Professor mal gucken was wir für Bilder noch abstauben können also für Punkte denn ich war total verweilt ich hab zuerst gedacht man bekommt durch äh äh Pokémon Arten voran yeah besser so 1000 haben wir schon mal Slimer das ist total wenig boah yeah zehn Punkte mehr das ist schon mal schön das ist ein Dito okay schon mal mehr Punkte ach nein doch nicht oh 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 verdammt das ist mal wenn ist das ja das sieht besser aus ja total okay das sehen ja das ist oh schön schön genial macht genauso weiter oh er springt heraus gut perfekt Rosanna lass mich mal sehen was ja okay gut ist klein oh Möllo das ist total schön ja gut gemacht ja okay ähm haben wir jetzt was neues bekommen denn ich weiß grad nicht willkommen zurück nehmt gut dann gehen wir noch mal zu dem Tal denn da haben wir auch noch etwas wenn ich glaub die Leitung so zum Ende denn vielmehr an den Dinger bleiben hier nicht mehr übrig denn ich hab noch irgendwie gesehen dass man irgendwo einen einen noch Quatsch wie heißen hallo hallo schicke 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 guck mal schicke 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 ja boah geil pastrami soße Trattini ja haben wir schon ein sehr gutes Bild von Trattini what the fucking was war das denn gerade Manky willst du mir etwas sagen Manky gut gut perfekt der ist von mir vor das Bild gesprungen okay jetzt müssen wir hier aufpassen okay jetzt ganz hochschmeißen ganz hochschmeißen ich glaub hier braucht man einen Zoomer denn alles geht's glaub ich nicht okay das ist schon mal schön das ist sehr schön gut perfekt mhm gleich kommt glaub ich ein Wasserfall der mit einem guten Pokémon gefüllt ist sag ich mal so denn ein Garados ja genau so hieß das Garados hallo Garados schönes Garados da Garados ach ich ja okay ich hab's glaub ich verstanden da ja ja komm hier Pokémon Pokémon ja ja Garados ja komm ja komm genauso ja perfekt ich fand das wirklich früher war das ein sehr schickes schniekes Foto sag ich mal so ja ähm und hat mir auch früher immer Angst gemacht denn äh Garados ist ein sehr großes Pokémon und manchmal auch etwas aggressiv wenn man da so die Pokémon Filme anguckt und die Pokémon ähm folgen na welches Baby schreit da so draußen wieder rum ey boah ja ja boah das kannte ich ja noch nicht das kannte ich noch nicht ja Pokémon flieg ja genau so genau so mach weiter so ja da haben wir ja schon viele Pokémon mal gucken ob wir den da runterschmeißen können ja ja Shigi ah da konnten wir runterschmeißen cool was passiert was passiert das kommt da vielleicht so eine Entwicklung von dem Shigi ich weiß gar nicht ob es alle 150 Arten gibt oh Manky Manky ja perfekt perfekt was ist los was ist los drück den Knopf was los drück den Knopf Alter steh auf du Bob jetzt ist er bewusst los ey gut dann machen wir das nochmal gleich dann sehen wir das gleich bei dem Manky denn wir müssen wahrscheinlich mit dem den Knopf drücken können da bin ich mir aber nicht sicher dann wir gehen gleich nochmal zu dem Manky Manky genau so aber erst mal die Bilder von zu Professor Eich schicken mir gefällt das Spiel cool wenn es bestimmt gäbe es da noch einen Vorgänger ach Quatsch Nachgänger oder Nachspiel sag ich mal so dann wäre es geht nicht ein süßes Schigi was haben wir denn wir haben nur eins von hinten dann nehmen wir ne das nicht das nicht nehmen wir mal das gut oh ein schönes ein schönes oh der guckt vor allem in die Kamera ok den Manky haben wir nochmal süßer gesehen der Gear Rock warte Kleinstein hat mir Kleinstein da perfekt Kleinstein ich glaube nicht dass es besser ist ja was das Manky oh Gott ey man hört ja die Autos vorbei einfach das nervt ich mache mal kurz mein Fenster zu oh mein Kabel oh mein Kabel na gut ok nein 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 ähm das ja ich nehme mal das das ist schnieke ok dann nehme ich mal Stern du nehme ich mal das ist bestimmt größer klar ja dann nehme ich oh das sieht doch wie Superman aus oh geil Manky was gibt's denn da noch perfekt 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 ok gut das ist eigentlich schon ja zu Professor ich da mehr brauche ich mir